Hallo, Herzlich Willkommen bei Wildcraft. Und das ist Part 4. Und heute werde ich ja in Multiplayer reingehen. Weil ich werde mit einer Freundin das spielen und... Ja, Mio-Fan gibt es nicht. Online und ich gehe bei Mio-Fan gleich rein, weil sie will mir helfen, meine Aufgabe mit dem Elch zu erledigen. Sofern könnte ich gleich mal zeigen, wie ein Elch gejagt wird. Man muss sie nämlich ins Wasser locken. Und da steht Mio-Fan, sie ist Duck-Eyes. Ja, sie ist also Duck-Eyes, dann mit Level 36, ich bin Level 33. Ich hab auch mal Yo in den Fall. Und einfach mal in der Mio-Fan sei er, weil... Ja. Elch jagt eben. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Okay, Duck-Eyes schräg trifft Mio-Fan, das ist ganz schön. BOOM! Ich springe! BOOM! Und um die sind dann hier gerade so... Ich springe hier hinterher. Und alle ihn jagen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vickes Schmarrn, Wasser. Sie lauert nämlich doch den Elch. Ja, der Ecke ist ja über 30 und... Wachschau, der Ecke kommt angeblüht! Das heißt, ich würde nicht einfach wahr! Das heißt, ich würde nicht wahrnehmen, ich würde nicht vergleichen! Wenn es nicht ein Anfeind heißt, dass ich sie nicht zurückkeielen würde. Ich hoffe, ich habe auch gesagt, nebenbei den Öl.